Ein Kaffee für Bauerhausen. Erst noch Alkoholfrei, ein Sandbitter. Schmeckt gut, Sandbitter. Ich empfehle es. Wir haben hier drei Espressomaschinen im Einsatz. Fondue verspießen, dessert serviert, Kaffee alle raus. Jetzt gibt es einen Kaffee für den Bauerhausen. Während dem Servieren hatte ich keine Zeit zu filmen. Wir sind da rauf und runter gerannt von der Küche mit Fondue in den Keller. Alle Lehre sprechen wieder rauf und neue Macht und wieder runter.